Willkommen! Was ganz schön ist heute für Sie von Tommy M. Thomas Macheike die Garnitur Guernsey wie die Insel, ist eine Kanalinsel von England, als 2,5 Sitzer, 2 Sitzer und Sessel in einem ganz tollen Vintage Leder Braun. Das ist die Messe Garnitur, die genau so ausgestellt wurde. Als erstes möchte ich sagen, für alle Liebhaber von romantischen Formen ist Guernsey genau das Richtige, weil dieser Schwung der Armlehne ist schon was Besonderes. Die Bequemlichkeit top, aber vor allen Dingen das Leder, das Vintage Leder mit einer Wachsimprägnierung, ein Leder mit allen natürlichen Merkmalen drin. Für echte Lederliebhaber, da ist nichts Geschlecktes dran. Eine natürliche Farbe, eine romantische Form und eine große Kombination dreiteilig. Hier das große Sofa, 3 Sitzer, 2,5 Sitzer plus Sessel. Hier haben Sie wirklich Platz für bis zu 7 Personen. Auf dem großen Sofa können Sie sogar dazwischen komplett liegen. Auf dem kleinen geht es dann nur, wenn Sie die Füße so machen und den Kopf anlegen. Oder Sie sind halt mächtig klein. Schauen Sie bitte auch noch auf diese schönen, ich zeige es Ihnen hier, ich glaube diesen Fuß sehen Sie, auf diese schön geschwungenen Holzfüße in Farbe Maron, die optimal zu diesem Leder passen. Guernsey habe ich einmal als Messestück zum nicht billigen Preis, aber zum Schnäppchenpreis. Für echte Smart Shopper, die etwas Platz haben und die Romance Look, Romance Lifestyle lieben. Für alle Romantiker dieser Welt, Guernsey, Dankeschön, auf Wiederhören. Sehen, ciao.